Hier flackert schon wieder was. Hier flackert schon wieder was. Wo war der Spiegel, um in diese blöde Küche zu kommen? Da will ich die ganze Zeit hin. Die kriegt doch noch ihren Kakao. Hier waren wir doch auch noch nicht drin, oder? Ah, schön. Wo geht's denn hier hin? Hm. Garage. Gleich, gleich, ich geh dann nochmal zu den Tellern. Jetzt bin ich grad schon sinnlos weitergelaufen. Naja, okay. Naja, kenn ich. Den Ort hier hab ich mal vorher in die Glühbirne fallen lassen. Wo war denn? Glaubst du, dass die mir nur helfen will? Ich glaube ja, die will mich tot sehen. Da ist das Uhrending. Nach links und bleib stehen. So. Ich stehe. Danke fürs Folgen. Dominik, jetzt aber flott. Die Fenster. Die Fenster. Gibt's hier etwa auch wieder so ein Muster? Die Ecke, die Kerzen auch. Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, von welchen Kerzen du redest. Ich sehe hier keine Kerzen. Bin ich behindert? Die sind doch keine Kerzen. Was sind denn hier Kerzen? Hä? Genau da. What the fuck? Ja, genau. Nein, ist nix. So. Jetzt ohne Spaß. Ich gehe jetzt in die Küche. Sollten halt. Vielleicht kommen die ja noch. Aber ich will jetzt endlich in diese Küche. Welcher Spiegel bringt mich in die Küche? Hier war ich doch vorhin schon. Atemgeräusche. Wo war denn das T-Trick? Hä? So viele Spiegel gibt's hier doch gar nicht. Ich bin leicht genervt. Aufmachen! Polizia! Nein, da war nix drin. Da kann ich nur durchlaufen. Weiß nicht. Vielleicht... Das ist ja ein Horrorhaus. Vielleicht wird hier einfach so random noch was dran montiert. Danke fürs Folgen. War das der Spiegel? Nee, das war der nicht, gell? Funktioniert nicht. Ich kann kein Licht anmachen. Hui, ein neuer Raum! Nimm das Babyphone. Nee, den haben wir noch nicht gefunden. Wir sind jetzt hier. Wo immer hier ist. Ist das jetzt schon wieder ein Rätsel? Warum muss ich denn in diesem Kapitel so viele Rätsel lösen? Da muss ich Bilder aufhängen, mit Sicherheit. Du kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Vermutlich, weil ich den Hammer halte. So. Was sind da Bilder? Oh, das sieht aus wie die Ringgeister aus Herr der Ringe. Ich will dich an... Achso, da hängen ja schon welche. Moment. Nein, ich will das Feuerzeug nicht fallen lassen. Nimm das wieder. Wo ist es denn jetzt? Aber wer rennt denn auch so? Mit einem Bild durchs Haus. Das ist doch dumm. Wo ist mein Feuerzeug? Da ist es doch. Ich sehe es doch hier. Rechts. Das Schwarze. Rechts. Das Schwarze. Rechts. Welches? Rechts. Links. Hä, der im Wohnzimmer ist doch kaputt, oder nicht? Das ist doch... Was passiert denn, wenn ich das da einfach hinhänge? So. Gern geschehen. Was ist mit dem los? Muss ich das so... Jetzt links. Oben, unten. Jetzt links. Und danach den im Flur. Was das? Gleich viel gemütlicher. Leute. Soll ich das verstehen? Warum sind die beiden eigentlich gleich? Und der ist kaputt. Nee, ist nicht kaputt. Was soll das sein? Das ist ja auch nochmal da. Warum ist das dreimal da? Hallo? War da was? Was, was, was bist du? Da ist das dann nochmal. Die habe ich doch kaputt gemacht, die Spiegel. Nein, du nervst nicht. Keine Angst. Alles gut. Hä? Kann mir einer eine seriöse Lösung verraten? Oder muss ich hier echt nochmal raus? Weil ich ja auch... Jacqueline sagt nämlich, wir sollen hier noch Spiegel zerstören. Aber ich habe doch alle Spiegel kaputt gemacht. Oh, hier sind auch nochmal Bilder. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es halt einfach nicht. Das ist doch das Wohnzimmer. Kann ich... Ich muss erst den Babyfötus finden. Äh, das klingt schon wieder richtig eklig. Wo ist dann der Spiegel für den Babyfötus? Ah, nein. Da. Da ist das. Na, sag das doch gleich. Im Scheißhaus drin. Nimm das. Gut. Auf ein neues. Auf das wir nicht sterben mögen. Babymonitor. Okay, das sieht verdächtig aus. Überall steht hier ein Babymonitor. Kassette. Kassette. Naja. Nein. Diese Uhren haben kein... Danke für's Folgen. Okay. Hinweis, Hinweis. Wir haben ein Babyfon, wir haben Uhren ohne Zeiger. Ein Ventilator, eine Pflanze, die komische Blüten hat. Da ist ein Bild, da ist auch ein Babyfon, aber hier scheint nichts zu sein. Das kann ich ausschalten, aber das ist bestimmt dumm, wenn ich das ausschalte. Deswegen lasse ich es an. Ich glaube, da bist du... Welches Kleine? Ist doch kein kleines. Sind doch beide so groß. Hallo. Hä? Die Uhren achten. Erinnern die sich, oder was? Bin noch da. Glaube ich. Weil der HX-Ness hat Hallo geschrieben. Es gibt vier Uhren. Ach so. Ah ja, okay. Eine verändert sich dann wahrscheinlich immer, oder? Danke fürs Folgen. Immer noch einen Spiegel zerstören. Wirklich? Wo soll der sein? Mein Ding ist, ich will eigentlich immer noch ihren Kakao geben. Alter, nervt nicht. Hier ist kein Spiegel. Okay, es muss doch eine Lösung geben. Im Forschungsraum. Was ist denn ein Forschungsraum? Wir haben noch nie einen Forschungsraum gesehen. Nein, du hast nichts verpasst. Ich sitze immer noch vor dem Rätsel und wir haben vier Uhren. Aber verändert sich da was, wenn ich da durchgehe? Das ist einfach immer... Da ist kein Bild. Ich gehe dahin, wo kein Bild ist. Kann das sein, dass sich immer irgendwas im Raum verändert? Nee, das ist immer gleich. Ach sobald ich in den Schatten gehe, werde ich... Ich bin nur auf TikTok live derzeit. Ich lande immer hier. Untersuchen. Dann untersuch doch. Wäre jetzt auch cool gewesen. Verstehe ich nicht. Was wollen die denn jetzt da? Was kann ich denn hier untersuchen? Bist du blöd? Nee, die Glaskugel habe ich noch nicht. Auf YouTube streamen hat das Problem, dass man da einfach die ganze Zeit für sich alleine streamt. Weil YouTube einem keine Leute rein spielt. Ich habe auf YouTube schon gestreamt. Danke für das Geschenk. Die Glaskugel? Wo kriege ich denn eine Glaskugel her? Also muss ich noch einen Spiegel finden, oder? Läuft es doch darauf hinaus? Boah, ist das anstrengend, ey. So ohne irgendwelche Hinweise. Da bist du ja so lost. Ach so. Naja, aber ich lade das im Nachgang auch alles auf YouTube hoch. Was hier passiert. Da war der tote Mann drin. Wo, wo, wo war hier ein Forschungsraum? Ich habe hier noch nie einen Forschungsraum gesehen. Oder meint ihr im Keller unten? Den Fötus muss ich finden. Ja, das habe ich vorhin auch schon mal gelesen. Wenn ihr mir sagt, welcher Spiegel? Werkstatt. Für die Uhren an der Wand. Werkstatt. Schlafzimmer. War im Schlafzimmer noch eine Uhr? Die kann ich nicht zufällig kaputt machen. Das Schlimmste, was ich gespielt habe. Diese blöde Uschi. Na klar. Da ist doch... Ach so, den haben wir... Da waren wir ja gerade drin. Werkstatt. Die Werkstatt war unten. Twitch ist dasselbe wie YouTube. Wenn du keine Community hast, kann es auch sein, dass du einfach jahrelang für dich alleine streamst. Hier. Wo geht es da nochmal hin? Ah, ne. Da will ich nicht hin. Da waren wir schon. Der Spiegel ist in der Nähe von einem Stuhl. Ich würde ja twitchen und so streamen. Gar kein Problem. Wenn auch Leute zuschauen würden, dann. TikTok hat halt aktuell, finde ich, das Beste, äh... Dass einfach random Leute reingezappt werden. Du schaust zu. Ich hab einen Twitch-Kanal. Der heißt auch Zock Arena. Aber den kann man irgendwie... Kann man den nicht finden. Ist einfach alles kacke. Immer wenn ich irgendwas machen möchte, funktioniert es ja eh nicht. Einzige, was funktioniert, ist, äh... aktuell TikTok, wenn ich live gehe. Und dann sind auch Leute dabei. 88 Stück. Ich laufe jetzt hier einfach mal lang. Ja, ihr würdet auch... Ihr würdet also auf Twitch auch gucken. Wenn ich da mal live gehe. Wenn ihr jetzt noch meinen Kanal finden könnt, dann wüsste ich, dass alles in Ordnung ist. Progress Room. Ach so, ja, der Stream, den ich hier mache, der ist leider für euch nicht da, gell? Den lade ich dann im Nachgang halt auf YouTube hoch, damit er überhaupt noch verfügbar ist. Das sieht doch aus, als könnte man hier ein Baby finden. Hä? Wieso ist denn da schon wieder so ein Loch? Ach, da komme ich noch nicht rein. Da ist der fehlende Spiegel. Progress Room. Twitch ist eine Streaming-Plattform. Ich heiße Zock Arena. Genauso wie hier in, in... äh... TikTok auch. Ich habe vorhin sogar noch mal geschaut. Der Kanal existiert schon, aber wenn ich Zock Arena in die Suche eingebe, finde ich mich auch nicht. Also irgendwie bin ich... Kann es sein, dass man auf Twitch erst dann gefunden wird, wenn man... ähm... schon mal was gestreamt hat? Kann das... Ist das möglich? Dass es daran liegt? Hä? Das kann ich machen. Verlinken kann ich machen. Stimmt. Stimmt. Gute Idee. Das sollte ich tun. Hier kann ich Licht anmachen, glaube ich. Achso, der Strom ist aus. Okay. Was ist denn da jetzt schon wieder? Mach das aus. Ist der Strom jetzt wieder an? Hier? Hier war der T, meinst du? Also jeder, der mir folgt, ich werde im Nachgang, oder jeder, der jetzt da ist, ich werde im Nachgang tatsächlich mal meinen Twitch-Kanal in die Bio schreiben. Dann dürft ihr da gerne auch folgen. Und wenn ich merke, dass da Leute sind, dann mache ich auch... Ich würde ja gerne Multistream machen. Also TikTok und Twitch hätte ich auch kein Problem mit. Das Ding ist bloß, ich kann in TikTok aktuell nur über... Achso, da war ich gerade drin. Ich bin so dumm. Nein. Ne, der T ist woanders. Ja, aber wo denn bloß? Wo ist dieser Progress Room? Was wollte ich gerade sagen? Danke fürs Folgen. Ach ja, genau. Ich bin über das TikTok Live Studio bin ich ja gerade am Streamen. Und da kann man keine Multistreams mitmachen. Und Multistream kannst du ja nur machen, wenn du... Ich laufe schon wieder nur im Kreis. Wo muss ich hin? Wo bin ich? Und was tue ich hier überhaupt? Äh, Multistream kann ich nur machen, wenn ich diesen Stream Key von TikTok bekomme. Da gibt es aber eine eigene Funktion, die du für deine Lives brauchst. Und die habe ich nicht, weil TikTok scheiße ist, was das angeht. Die kriege ich einfach nicht. Bin einer der Leute, die das einfach nicht bekommen. Deswegen kann ich kein Multistream machen. Mein Feuerzeug ist fast leer. Jetzt brauche ich es nicht mehr aufbewahren. Ist auch ein Spiegel. Aber der bringt nichts, oder? Auf dem Dachboden. Treppe rauf. Den Schlüssel hat er. Hab ich. Wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Aber es ist... Äh... Mir wurde da... Ich hab das mal angeguckt. Mann, wo bin ich? Wo ist denn diese Scheiß-Treppe? Das Spiel nervt mich langsam. Mit dem Hin- und Hergelaufen. War hier nicht irgendwo ein Feuerzeug gelegen? So, hier geht es doch irgendwo nach oben. Da. Ich hab's! Ich glaube, hier komme ich wieder raus. Nein, natürlich nicht! Shit! Auf der Alm! Ah, das ist das. Ich komme hier nicht raus! Wo ist denn der Scheiß-Ausgang? Da! Bist du der Ausgang? Hilf mir! Geh halt! Idiot! Ich schwitze schon wieder überall. Ich hasse es. Dieses Rumgelaufen macht den ganzen Flair kaputt. Blödkack. Ach, das ist hier. Das ist ja gar nicht da, wo ich hinwollte jetzt. Geh mal bitte zu den Tellern. Ja, dir auch schönen Abend, Dominik. Konnte es was? Geh mal bitte. Ich versuch's ja! Ich versuch's ja! Ich komm aus diesem hässlich stinkenden Keller nicht raus! Aufs Klo! Das war das Geheimnis. Moment. Das, 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 da, äh, 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 ich muss aufs Klo. Also im Spiel jetzt hier. Und da muss ich in das Loch rein. Hier. Der linke Kopf muss rechts zeigen. Was, was, was? Hallo? Atemgeräusche. So. Jetzt hat... Was hab ich denn in meinem Inventar? Kassetten, Kassetten, Kassetten. Eine Blutkonserve. Das, glaub ich, war so ein Brecheisending. Oh, damit hätte ich vielleicht, nein, damit hab ich den Dachboden aufgemacht. Aber da hätte ich vielleicht auch das Fenster aufmachen können, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke. Was ist das hier eigentlich so los? Gar nichts, gell? Da schnauft nur jemand. Oh. Weiß ich nicht, ich lese es einfach so. Brecheisen, das Fenster. Ja, das wär's gewesen, oder? Ist das das Brecheisen? Das ist der Haken für die Tür da oben. Das ist kein Brecheisen. Da ist doch ein Zettel dran. Stimmt, du hast es vorhin gesagt, da sitzt jemand. Ha. Nein. So, jetzt sind wir wieder im Haus. Gut. Da oben ist mein Fortschrittsraum. War da nicht auch ein Spiegel? Ah, da ist die Garage unten. Was geht? Warum machst du hier Sachen? Ja, hier haben wir diesen... Liegt es weg. Ich muss zugeben... Bin gerade ein bisschen glücklich. Gehen wir jetzt in diesen goldenen Uterus. I. Okay. Das ist also der Progress Room Ah, das könnte Sinn geben Fortschrittsraum, Progress Room, könnte Sinn ergeben Ab in den Keller damit Ich hab schon wieder vergessen, wo wir die brauchen Was, da ist ein Tuch drin Dieses Glas, ich hab jetzt eine Glaskugel, aufbrechen Ab in den Keller, hab ich gerade gelesen Ah, das ist doch hier der Keller, oder? Geht's nicht da in den Keller? Garage, aufbrechen In der Garage Gehe ich jetzt in die Garage Voll böse! Mann! Ich stehe mich ja nur dumm, ich möchte euch ja einfach nur Ähm, integrieren Und versucht zeitgleich mich noch ein bisschen umzuschauen Ob ich nicht irgendwas sehe, was interessant ist Alles Absicht Okay Am Schraubstock sogar Jetzt, jetzt, jetzt Ich glaube, dass die auch so ähnlich wie Keller ist Die irgendwo Ich hab's, ich weiß es doch auch nicht, Bruder Hier unten ist die Tatsächlich Hätte ich nie Hätte ich nie Rausgefunden Weil der Cursor so winzig ist Hätte ich nie rausgefunden Dass man da interagieren kann Never Mach kaputt Ah Kann ich das mitnehmen? Ja, okay Jetzt müssen wir wieder hoch Beziehungsweise Oh nein, ich werde irre Oh 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 Geh ins Licht Ja bitte Oh oh Doch kein Ja bitte Die steht halt da Die Die Das Uhrending war Jetzt pass auf Ich bin da 50 Mal schon reingerannt Ne, das war nicht hier Da war der Tote Shit Hier war gar kein Spiegel drin Warum laufe ich hier überhaupt rein? Da ist das Schlafzimmer Das Uhrending Unten im Wohnzimmer Sicher? Ich schwören könnte, das war hier oben irgendwo Aufmachen Na gut, dann halt runter Ne, hier war es nicht Wo das Telefon hängt Ja, okay Das ergibt Sinn Da ist es Ui Okay Okay Okay, jetzt pass auf Ja, mach So Gut Also Linke Uhr Kleiner Zeiger unten Großer oben Die mittlere stimmt auch Die rechte stimmt auch Da habt ihr recht Dann ist Fenster soll wohl sein Außen Offen Innen zu, oder? Wenn ich das verstanden habe Waren zwei Fenster offen Und das in der Mitte war zu Hat es da gerade Klick gemacht? Und summt Jemand summt Jetzt zu den Tellern Aber da Ich dachte, der hat sogar Klick gemacht Zünd das an Oh, das ganze Haus Okay, jetzt die Teller Achtung, ich mach nochmal den Zettel her Achso Er zeigt mir immer die Xbox-Tasten an Dabei spiel ich gar nicht mit Xbox So, was ist das? Der Mann nach links Die Frau ist doch falsch rum, Linke Der linke Teller ist doch falsch rum, oder? Sicher, dass das richtig ist? Irgendwie sieht der linke Teller spiegelverkehrt aus Oder hab ich es einfach nur falsch rum? Muss es so rum sein, oder was? Ah, jetzt nervt mich halt nicht Hä? Ne, ist doch falsch rum Was ist denn richtig rum? Die Fenster habe ich gerade gemacht Die Fenster habe ich gemacht Und Kerzen sehe ich hier einfach keine Das ist mein Problem Da ist offen Zu offen Und hier sollen angeblich Kerzen sein Sein Kerzen Man legt doch das Boah, dieses Spiel kotzt mich Also manchen Stellen so an Braucht beide Hände Um diese Aktion auszuführen Oh Gott Oi, oi, oi Kann ich das abgelegte Den Hammer lasse ich jetzt da, oder was? Glaube ich wahrscheinlich nicht mehr Aber alle Spiegel So Jetzt ins Schlafzimmer Gute Nacht Hotter Chessie Das ist der Code 5 0 3 7 3 5 0 3 7 3 5 0 3 7 3 5 5 0 3 7 3 Ah 5 0 3 3 0 5 0 0 3 7 3 3 Was? 3 3 0 3 3 7 7 0 3 7 7 3 3 Und die 3 5 0 3 7 Klatsch Ratatsch Wah Rätsel gelöst Leute, das habe ich jetzt selbstständig gelöst Mit den Zahlen Wenn das mal kein TikTok-Universe wert ist Dann weiß ich auch nicht Danke fürs Folgen Danke fürs Folgen 3 3 3 4 5 6 4 3 4 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 8 10 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 20 21 21 21 22 22 20 21 22 23 23 24 25 25 25 24 24 25 25 Was geht ab? Hilfe? Okay. Gar kein Problem für mich. Da ist schon wieder so ein schwanzartiges Geflecht, dem folge ich jetzt wieder mal blind.